Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zu dem Spieltag-Teaser oder zu der Zusammenfassungen für das Spiel Bayern gegen Atletico Madrid. An sich muss ich jetzt nochmal zuvor sagen, es ist keine Zusammenfassung. Es hat keinen Teaser auf diesen Plattformen gegeben, weil uns einfach dieses Mal die Zeit gefehlt hat. Wer uns aber trotzdem unterstützen möchte, vielleicht wegen einer Wiedergabe, vielleicht, dass es sich mal reinhört und sich überlegt, ja, das könnte für die Zukunft was sein, der klickt am besten auf den Link in der Videobeschreibung oder kann auch gerne unseren Kanal abonnieren oder dem Video einen Like da lassen. Genau, aber das war es jetzt auch schon mal zu der Eigenwerbung und zum Intro und das Intro kommt ja eigentlich jetzt erst und dann fangen wir an. Und hier sieht man schon mal die beiden letzten Spiele. Düren gegen Bayern und Bielefeld gegen Bayern und die vier, die Lewandowski uns dort mit seiner Hand zeigt, passt auch perfekt zum Spiel gegen Bielefeld. Leider nicht zu Düren, zu dem kommen wir aber jetzt zuvor und deswegen machen wir da gleich weiter. Wir haben jetzt keine allzu großen Statistiken über das DFB-Pokalspiel geführt, denn es war halt eben eine B-Elf gegen einen Fünftligisten und da kann man unserer Meinung nach nicht ganz so viel rausholen. Ein paar kleine, auf ein paar kleine Sachen möchte ich trotzdem hinweisen. Unter anderem hat uns nämlich Mbuna Sa sehr gut gefallen. Emanuel vergleicht ihn gerne auch mit Davis, was man durchaus machen kann, weil beide ja eigentlich Flügelspieler waren. Und er hat unserer Meinung auch, zumindest gegen eigene Gegner, Stammspielerpotenzial. Ich weiß jetzt nicht, ob Sa schon gegen Atletico Madrid dann irgendwie in der Startelf stehen könnte, aber wir können uns auf jeden Fall vorstellen, dass er vielleicht diese Saison teilweise Pavard verdrängen wird und dann eben er teilweise die Nummer 1 ist, wie es im Moment ja auch bei Hernandez und Davis der Fall ist. Und ein Konkurrenzkampf auf einer Position stärkt natürlich auch wieder in den meisten Fällen zumindest die Performance der einzelnen Spieler. Jeder will sich natürlich seinen Stammplatz zurückerobern. Die zweite positive Sache, die uns aufgefallen ist, ist auf jeden Fall Chupomo Ting. Über diese Verpflichtung hatten sich ja einige mehr oder weniger lustig gemacht und dass er das Tor nicht trifft als Stürmer und dass das ja logischerweise keine allzu gute Eigenschaft für einen Stürmer ist. Aber mit zwei Toren hat er uns da eigentlich das Gegenteil bewiesen und ich bin zuversichtlich für diese Saison. Mal schauen, ob es Triple wieder wird. Den ersten Schritt im Pokal haben wir auf jeden Fall dafür gemacht. Und heute kommt der erste Schritt in der Champions League, wenn wir denn gewinnen. Aber zuvor kommen wir zu den eben angesprochenen vier Toren. Wir sind gefallen gegen Bielefeld. 1 zu 4 ist dieses Spiel ausgegangen. Zwei Tore von Lewandowski, zwei von Müller. Beide jeweils mit drei Scorer-Pumpen. Beide in Top-Form. Natürlich haben wir auf diesen Spieltag auch wieder getippt. Unter anderem mit diesen Ergebnissen. Wie man sehen kann, Lennart mit einem richtigen Ergebnis bei Bielefeld gegen Bayern. Gratulation dafür. Emanuel mit einem richtigen Ergebnis bei Freiburg gegen Bremen. Auch an ihn Gratulation. Nur ich habe auf diesen ersten drei Spielen nicht ganz so viele Punkte geholt. Ja, kann man hier ganz okay sehen. Aber es wird besser. Auf der nächsten Folie nämlich. Gut, im ersten Spiel bei Hertha gegen Stuttgart hatte niemand auf Hertha getippt. Aber die restlichen Ergebnisse schauen eigentlich ganz in Ordnung für mich aus. Und auch für Emanuel. Lennart lässt sich hier mal etwas hängen. Aber, ja. Auf der nächsten, bei den nächsten drei Spielen schaut es dann wieder deutlich schlechter aus. Ist auch blöd, drei Unentschieden zu tippen. Vor allem noch 3-1-1. Es sind in allen acht Spielen, bis auf Bayern, nicht mehr als zwei Tore gefallen. Es gab vier, 1-1, zwei mal 2-0 und zwei mal 0-1. Und dann kommt eben Bayern mit dem 4-1 daher. Also es war, ich würde sagen, langweiliger Spieltag. Es ist jetzt, es war jetzt nicht das größte Spektakel von den meisten Mannschaften. Aber nach der Lennart-Spielpause war das auch nicht so viel anders zu erwarten. Aber, jetzt habe ich immerhin auch nochmal ein richtiges Ergebnis. Und damit ist der Emanuel der Erste, der auf einer Tabelle 0 Punkte hat. Wer aufgepasst hat, der weiß, dass es ihm überhaupt nichts ausgemacht hat. Er hat diesen Spieltag trotzdem gewonnen. Gratulation für ihn, an ihn. Und die sieben sind da definitiv falsch. Da war einmal der Wurm drin. Und dann kommen wir zur Spielebewertung. Wir hatten also für Spiele gegen Bielefeld. Wir hatten folgende Aufstellung. Neuer im Tor. Hernandez, Süle, Alaba und Pavard in der Verteidigung. Hernandez mit einer 2+, Süle mit einer 3+, Alaba mit einer 2+, und Pavard mit einer 3. Hernandez und Alaba haben deutlich offensivere Parts gespielt als Pavard und Süle. Und weil dieser Teil wohl deutlich mehr gefragt war in diesem Spiel als der defensive Part, haben die auch dementsprechend bessere Noten bekommen. Tulli So und Goretzka, beide mit einer soliden 2 und 2-. Haben ein ordentliches Spiel gemacht. Viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Außer natürlich, Goretzka hat eine Vorlage gegeben, wo er wirklich sehr gut gespielt hat und sehr geistesgegenwärtig gehandelt hat. Tulli So leider mit einer roten Karte. Es war jetzt nicht unbedingt seine Schuld, aber zum Schluss war es halt dann doch auch etwas ungestüm von ihm. Dann die 3 Offensivreihe. Hat bis auf Müller eigentlich nur vergleichbar schlechte Noten bekommen. Coman und Gnappi waren wirklich nicht allzu effektiv. Gnappi hatte ganz am Anfang mal eine sehr interessante Gelegenheit. Von ihm ist aber dann auch gar nichts mehr gekommen. Ähnlich wie bei Coman, aber ihn hat man dann doch noch ein paar Mal öfter gesehen. Müller natürlich Doppelpack plus Vorlage. Er kommt in dieser Saison aus keinem Spiel ohne Vorlage. Außer halt im Pokal. Also er ist echt krass in Form. Ähnlich natürlich wie der Mann in der Spitze. Robert Lewandowski auch mit einer 1-. Die gleiche Statistik, zwei Tore, eine Vorlage. Aber er kommt im Gegensatz zu Müller schon auch mal ein Spiel ohne Tor aus. Siehe Hoffenheim. Sonst hat er aber in jedem Spiel mindestens einmal getroffen oder gescored, indem er mitgespielt hat für Bayern. Und ich glaube sogar, er hat sogar in jedem Spiel ein Tor und eine Vorlage gegeben, wenn er gescored hat. Müsste ich jetzt nachschauen. Könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Dann schauen wir auf die Bank. Und dort haben wir Costa mit einer 2-. Hat unserer Meinung nach mehr nach vorne gemacht, als die beiden Startelf-Flügelspieler. Coman und Gnabry. Und hat deswegen auch eine bessere Note verdient mit einer 2-. Wir werden auf jeden Fall beobachten, wie er sich in den nächsten Spielen so macht. Bei Martinez schaut es leider etwas schlechter aus. Er hat eigentlich nichts wirkliches vollbracht, außer einen katastrophalen Rückpass zu spielen, der zu einer roten Karte geführt hat. Deswegen eine 3-. Auch wenn er nicht lang auf dem Feld war, ist das dann doch schon nicht ganz so gute Leistung. Dann Erik, Maxim, Djupovic, Mousiala und Davis sind dann noch später eingewechselt worden, haben aber dementsprechend auch wenig gespielt, sodass wir sie nicht bewerten können. Genau. Dann sind wir fertig mit der Spielbewertung. Und dann kommen wir zum Teaser. Zum ersten Champions-League-Spieltag, wo Bayern direkt gegen Atletico Madrid spielt. Und es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, ob Bayerns Offensiv-Power gegen Atletico Madrid's Defensiv-Power ankommt und wie sich die Bayern-Defensive macht, die ja zurzeit mehr oder weniger reformiert wird durch Hernandez auf der linken Seite und vielleicht auch Sarg auf der anderen Seite. Können wir auf jeden Fall gespannt sein. Da Richards wird wahrscheinlich nicht dabei sein, weil der hat im Ligaspiel von FC Bayern 2 schon gespielt. Da werden wir uns also in der Innenverteidigung auf weniger Überraschungen gefasst machen können. Falls es so richtiges Deutsch war. Auf jeden Fall haben wir alle drei auch wieder unsere Aufstellungen getippt. Und weil dieses Mal recht wenig Spielraum war, was Startelf-Plätze angeht, haben wir... Lassen wir das einfach mal mit dem Aufstellungsraten. Und ihr könnt gleich sehen. Emanuel und Lennart haben komplett die gleiche Aufstellung. Meine Unterschiede da sind halt zum einen, dass ich Sarg auf der Rechtsverteidiger-Position habe, Alaban der Innenverteidigung und Tolisso statt Martinez im ZM oder ZDM, je nachdem wie sie es auslegen. Und ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung zu den Aufstellungen oder eure Aufstellung generell in die Kommentare schreiben. Und dann kommen wir auch schon zu unseren Tipps. Es sind jetzt einige mehrere geworden. Für einen Champions-League-Spieltag sind es ja immerhin 16 Spiele. Deswegen werde ich die Tipps nicht alle vorlesen. Ich werde sie euch einfach im Schnelldurchlauf zeigen. Einige Spiele davon sind natürlich schon gespielt. Wir nehmen natürlich trotzdem unsere Tipps von vor dem Spieltag. Bei Bayern war es so, dass Emanuel und Lennart auf einen knappen Bayern-Sieg tippen. Ich hingegen auf ein Unentschieden. Oder mehr oder weniger knapp. Lennart mit einem 4 zu 1. Emanuel mit einem 2 zu 1 und ich eben mit besackten Unentschieden. Dann bei den restlichen Spielen des heutigen Abends sieht es so aus, dass Emanuel zum Beispiel Donetsk einen Punkt gegen Real zutraut. Und bei Salzburg gegen Moskau sind wir uns auch relativ uneinig. Lennart tippt sogar auf einen Sieg von Ajax gegen Liverpool. Und die letzten 4 Spiele des heutigen Abends schauen dann folgendermaßen aus. Da bei diesen Spielen sind wir uns bis auf Piraeus gegen Marseille relativ einig, was die Sieger angeht. Und recht viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Gladbach wird wahrscheinlich einen relativ schweren Start in die Champions League Saison haben. Aber dann würde ich sagen, war es das mit diesem Spieltag-Teaser. Ich nenne es jetzt nicht Zusammenfassung, aus besagten Gründen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like und ein Abo freuen. Und schaut am besten auch auf Spotify und vor allem Apple Podcasts. Da geht sie jetzt zur Zeit besonders ab, vorbei. Und sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Bayern schauen. Und tschüss. 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 Tschüss.